Die Größe des Hunters ist der Katze egal, weil die Katzen kriegsscheiter sind. Darum geht die Katze stolz vorbei, schaut nicht mal auf die Rauferei. Die Katze darf ruhig verholen, weil sie ganz genau alles weiß. Es ist sogar besser, dass sie nicht mehr lebt. Manche würden rot sein, voll roter Scham. Der Katze ist die Stärke des Hunters rutscht, weil die Katzen viel schlauer sind. Aber versuch sie in die Ecke zu treiben, merkst du sofort wie gefährlich es wird. Die Katze darf ruhig verholen, weil sie ganz genau alles weiß. Es ist sogar besser, dass sie nicht mehr lebt. Manche würden rot sein, voll roter Scham. In der Arbeit des Hunters schreit der Katze gar nicht, weil die Katze niemandem dient. Aber wie wir alle braucht sie die Liebe. Oh, da gibt's ja welche, die andere Meinung sind die Katze. Die Katze darf ruhig verholen, weil sie ganz genau alles weiß. Es ist sogar besser, dass sie nicht redet. Manche würden rot sein, voll roter Scham. Manche würden rot sein, voll roter Scham. Good morning. Antwort. Diener. WP. ывать. Diener. 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 Vielen Dank.